Ausgerechnet am Great Barrier Reef, diesem einzigartigen Ökosystem vor der Ostküste Australiens, passierte es. Im April 2010 läuft die Shen Neng 1 mit voller Fahrt auf das Korallenriff und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Schuld an der Havari soll der erste Offizier haben. In der Nacht zuvor hatte er das Beladen des Schiffes überwacht und dabei kaum geschlafen. Völlig übermüdet schätzt er dann am Nachmittag die Position des Frachtes falsch ein. Dadurch kam das Schiff 15 Kilometer vom Kurs ab. Ein Einzelfall? Wohl kaum. Kapitäne und Offiziere haben in 96 Prozent der Fälle angeblich Schuld. So eine Studie der Europäischen Agentur für Sicherheit des Seeverkehrs. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten steigt seit 2002 außerdem die Zahl der Schiffsunglücke wieder an. Doch warum passieren den Kapitänen immer mehr Fehler? Was läuft falsch? Der Hamburger Hafen. Umschlagplatz für jährlich mehr als 100 Millionen Tonnen Ware. 95 Prozent des globalen Güterverkehrs werden über die Seefahrt abgewickelt und die Nachfrage steigt. Immer größere Schiffe sind unterwegs. Dank moderner Technik ist immer weniger Personal für das Führen eines Schiffes nötig. Aber entlastet die Technik auch die Kapitäne und Offiziere? Wieso kommt es trotz immer mehr Hightech zu immer mehr Unfällen? Am Burchard Kai wird die MS Ital Contessa beladen. Mit 334 Metern Länge und 42 Metern Breite ist sie eines der größten Frachtschiffe der Welt. Am Nachmittag soll die Contessa in Richtung China ablegen. Kapitän Ralf Buchter ist während des Beladens auf dem Weg in den Maschinenraum. Ein 12-Zylinder-Hauptantrieb mit 100.000 PS, so hoch wie ein fünfstöckiges Wohnhaus, sorgt dafür, dass die Ital Contessa eine Spitzengeschwindigkeit von 25 Knoten erreichen kann. Im Maschinenkontrollraum überwachen insgesamt 15 Ingenieure und Maschinisten die drei Computeranlagen. Diese steuern den Hauptantrieb, die gesamte Bordelektronik und die für die Stromerzeugung wichtigen Dieselgeneratoren. Das sind verschiedene Computer. Wir haben die verschiedenen Systeme überwachen. Und wenn irgendwie die Störung auftritt, dann kommt das zusammen auf den Alarmpendel, was da ist. Das ist hier die Zentralisierung der ganzen Anlage. Die Brücke der Ital Contessa. Auch hier modernste Technik. Ein Autopilot hält den Kurs bis auf zwei Grad genau. Offizier und Kapitän müssen nur noch im Notfall ans Ruder. Die Radargeräte verarbeiten die Datenflut des sogenannten AIS-Systems. Dabei sendet jedes Schiff über zwei UKW-Kanäle Informationen wie Name, Kurs und Geschwindigkeit. Andere Schiffe oder die Tower an Land empfangen die Daten und stellen sie auf dem Radar dar. Kapitäne können dadurch Kollisionen vermeiden, da das System auch ständig die Entfernung zu anderen Schiffen mischt und im Notfall Alarm schlägt. Ein Schiff Out of Command oder ein Schiff Grounding gebe ich ein, das geht sofort raus und alle Schiffe sind gewarnt. Und das ist eigentlich das letzte, neueste System des AIS. Und da sind die ganzen Daten von anderen Schiffen, die kommen hier an, kann ich ablesen. Oder meine Daten gebe ich auch ein und der kann auch gucken, was ist da los, warum geht da quer. Auf der Brücke laufen darüber hinaus alle Alarmmeldungen aus allen Schiffsabteilungen zusammen. Dank der Computervernetzung hat der Kapitän mit nur einem Monitor alles im Blick. Manchmal sagen wir, die Alarme sind zu finden. Einige Alarme müssen nicht auf die Brücke erscheinen. Wenn der Sauna-Alarm, wenn der Sauna irgendwie was ist, der drückt auf den Knopf oder wenn der Elevator, alles kommt auf die Brücke. Da könnte man ein kleines bisschen weniger machen. Doch nicht nur die Technik an Bord der Schiffe hat sich verändert. Auch die Hafenterminals sind immer moderner geworden. In Hamburg können mittlerweile bis zu vier Container zeitgleich unter und auf dem Deck der Schiffe gestapelt werden. Computer errechnen die dazu notwendige Logistik, damit die Schiffe auch so beladen werden, dass Container für den nächsten Hafen gleich oben auflagern. Da nicht jeder Container gleich schwer ist, muss auch die Gewichtsverteilung mit einkalkuliert werden. Durch diese moderne Hafenlogistik dauert das Beladen der MS Ital Contessa mit 8100 Containern in Hamburg nur noch Stunden, anstatt wie früher Tage. Auch in den meisten anderen Containerhäfen der Welt gehören lange Liegezeiten der Vergangenheit an. Die Verantwortung ist größer geworden, ja, in dem Moment, weil die Schiffe sehr teuer geworden sind. Viel Elektronik an Bord und viel mehr Druck vom Schadraer mit Geschwindigkeit, Fahrplananhaltung. Und man muss Fahrplananhaltung, aber in Betracht der Sicherheit. Das ist die Verantwortung, genau was kann ich machen, was ist machbar und wann kommt die Sicherheit vor uns. Und das muss man abwägen, das ist der Druck. Und jeder Schadraer will die ganzen Container so schnell wie möglich im nächsten Hafen haben. Wenn mit dem Schiff fest ist, könnte ich eigentlich schlafen und dann kommen die Behörden. Und wenn man dann wieder schlafen geht, dann kommt Bordzeitkontrolle, dann kommt der Hafenkaptän, dann kommt auch eine andere Kontrolle und dann laufe ich schon wieder aus. So erleichtert die moderne Technik zwar einiges, schafft zeitgleich aber neue Belastungen. Knapp 200 Kilometer weiter östlich ist eine andere Ital Contessa bereits auf voller Fahrt Richtung Rotterdam. Eine virtuelle Ital Contessa. Sie ist ein Datenkonstrukt eines der modernsten und leistungsfähigsten Simulatoren der Welt. An der Universität Wismar werden damit angehende Offiziere ausgebildet. Waren früher mehrere Jahre als Matrose Pflicht, reichen nun drei Jahre Studium, um Offizier zu werden. Dann sollen die Absolventen vorbereitet sein, um als dritter Offizier die Wache auf der Brücke und damit Verantwortung für Menschenleben und Schiff zu übernehmen. Nach drei Jahren können sie dann zum Kapitän befördert werden. Der Simulator soll die fehlende Praxis kompensieren. Es ist ein unglaublich starker Seegang. Also wir sind das in den Übungen sonst nicht so gewöhnt. Das sind moderate Wetterverhältnisse. Aber es ist sehr gut, das mal zu sehen. Und wir müssen uns auch ein bisschen festhalten hier, weil es echt realistisch ist. Ein Stockwerk tiefer ist das Herzstück des Simulators. Die Server- und Ausbilderebene. Jedes Seegebiet der Welt ist abrufbar. Ebenso sind existierende Schiffe und Häfen am Computer nachkonstruiert worden, um die Simulation so real wie möglich zu gestalten. Die Idee des Simulators ist natürlich grundsätzlich, dass man hier die Möglichkeit hat, Szenarien, Situationen zu üben, die an Bord schlecht möglich sind. Blackout möchte man nicht so gerne haben, ein Feuer an Bord, eine Grundberührung schon gar nicht oder eine Kollision. Die sind natürlich hier möglich. Die Ausbilder können die virtuelle Welt per Mausklick ändern. Sie bestimmen, ob den Studenten plötzlich ein anderes Boot auf Kollisionskurs entgegenkommt oder ein Orkan aufzieht. Das sind Studenten, die haben ein Praxissemester vor dem Studium gemacht oder fahren in den Ferien oder gehen jetzt in das Praxissemester. Also das sind Monate. Also das kann man alles noch in Monaten zählen, was wir an Erfahrung haben. Deswegen haben wir auch diesen Simulator, damit wir uns vorbereiten können auf die Praxis. Doch reicht solch eine virtuelle Erfahrung wirklich aus, um an Bord eines echten Schiffes später sofort Verantwortung übernehmen zu können? Dieses komplexe Gebilde, Schiffsführung an Bord, Praxis, kann man in einem Simulator nicht üben. Man kann verschiedene Szenarien nachstellen. Man kann auch diesen Part Teamfähigkeit, Bridge Team oder Bridge Resource Management nachempfinden auf der Brücke. Dann ist man aber auf der Brücke, dann ist man auf der Maschine. Also es funktioniert natürlich im Simulator nicht, diese Gesamtsituation an Bord nachzustellen. Doch gerade dieses Bridge Team Management fehlt den jungen Offizieren, also die Fähigkeit, das Team auf der Brücke anzuleiten. Wir kommen nur mit Theorie an Bord und das reicht nicht. Die Praxis müssen Sie hier lernen. Die Ausbildung ist nicht mit der Schule abgeschlossen. Die Ausbildung muss ich an Bord weitermachen. Und das ist das Problem. Inwieweit ist der andere bereit, das zu übernehmen, was ich ihm vorführe? Hafenlotse Jan Fenghaus ist an Bord der Ital Contessa gekommen. Gemeinsam mit Kapitän Ralf Buchter überwacht er das Einladen der letzten Container. Dass die Kapitäne oft mit den wachsenden Aufgaben und der Ausbildung der unerfahrenen jungen Offiziere überfordert sind, erlebt er täglich. Gründlicher war bei uns auf jeden Fall die Praxisausbildung an Deck. Also wir sind Seeleute geworden und dann irgendwann Offiziere. Und das ist heute weniger geworden. Ist aber auch meines Erachtens je nach Ausrüstung der Schiffe schon machbar. Wünschtenswert wäre es trotzdem, wenn es schöner wäre. Wir haben damit häufig zu tun, dass Besatzungen nicht ganz so schnell funktionieren, wie sie idealerweise könnten oder sollten. Aber das ist einfach der Lauf der Zeit, dass da weniger Wert drauf gelegt wird. Das Beladen der Ital Contessa ist beendet. Mit der Hilfe vom Hafenlotsen legt der Kapitän in Hamburg ab. Über die Elbe geht es in Richtung Nordsee. Morgen früh wird die Ital Contessa in Rotterdam erwartet. Die Reederei will dort die Hafenlotsen buchen, wartet deshalb auf den turnusmäßigen Statusbericht. Vom Funkplatz aus gibt Kapitän Ralf Buchter diesen alle zwei Stunden per Satellit ab. Will sich der Reed dazwischendurch informieren, kann er jederzeit die Position seines Schiffes per AIS abrufen. Also wir sind im Prinzip Dauer in Verbindung. Also von wegen die Pause einlegen und dann ein bisschen schneller fahren, ist nicht mehr. Das war vor Jahrzehnten, kann man sagen. Da hat man ausgedacht, wann müssen wir da sein? Okay, wir machen heute Weihnachten, wir fahren morgen weiter. Das ist nicht mehr drin. Das ist ökonomisch nicht mehr vertretbar. Immer mehr Aufgaben, immer weniger erfahrene Jungoffiziere und immer mehr Zeitdruck. Ein Mix, der schwer auf den Schultern der Kapitäne lastet. Immer häufiger gehen daher gerade junge Offiziere nach durchschnittlich drei bis fünf Jahren wieder von Bord, suchen sich an Land einen stressfreien Arbeitsplatz und fehlen damit der Seefahrt. Um dieses Nachwuchsproblem zu lösen, hat die internationale maritime Organisation IMO bereits Ende der 90er Jahre die Zugangsvoraussetzungen für das Kapitänspatent gesenkt. Doch dies führte nicht zu der erhofften Entspannung, sondern zu einer Schwämme von schlecht ausgebildeten Offizieren. Auch ein Essen-Offizier muss sich vorher fragen, wo kommst du her, was hast du gelernt, welche Technik kennst du, beherrschst du. Und danach wird eine Abstimmung gemacht, ob ich oben bleibe oder schlafen gehen kann. Da es aber oft keine Alternative zu solchen Offizieren gibt, schicken jetzt immer mehr Räder die jungen Offiziere zu Nachschulungen. Eines der ältesten Trainingscenter liegt im französischen Port Revelle. In kleinen bemannten Modellbooten, sogenannten Manned Models, schippern Kapitäne und Offiziere hier über einen fünf Hektar großen See. Die Boote sind Original-Nachbauten echter Schiffe im Maßstab 1 zu 25. Dadurch verhalten sich die Modellboote bei Manövern genauso wie ihre realen Vorbilder. Die Boote werden von einem per Batterie betriebenen Elektromotor mit 0,3 PS angetrieben. Ein Computer an Bord übermittelt die Daten wie Geschwindigkeit, Position und Radar per GPS an die Basisstation. Dort können später alle Manöver und Aktionen ausgewertet werden. Wenig Hightech, dafür mehr Gefühl, so das Credo in Port Revelle. Die Kapitäne sollen aus Fehlern lernen können. Die Anlage wurde Anfang der 60er Jahre durch den Mineralölkonzern Esso gegründet. Mittlerweile ist sie im Besitz einer Beratungsfirma. Räder können hier diverse Kurse für ihre Offiziere buchen. Eine einwöchige Trainingseinheit kostet rund 11.000 Euro. Die Kapitäne haben die Möglichkeit, Manöver zu trainieren, die ihnen auf hoher See bevorstehen, ohne gleich Mannschaft und Schiff in Gefahr zu bringen. Für Betrachter sehen die sehr langsamen Fahrten eher befremdlich aus. Der einzige Unterschied zu Manövern mit den Originalschiffen ist, dass durch den Maßstab alles fünfmal schneller abläuft. Dies bedeutet auch, dass die Kapitäne fünfmal schneller reagieren müssen. Die Betreiber in Port Revelle sehen dies als großen Vorteil. Die Kapitäne werden gezwungen, die Abläufe so zu verinnerlichen, dass sie sie später automatisch abrufen können. Das senkt die Abhängigkeit von der Technik. Es ist sehr schwierig. Man hat sehr viele Apparate und Computer. Da sagen wir, es wäre viel besser, mal rauszugehen und den Wind zu spüren, als immer nur drinnen zu sitzen und auf all die Computer zu starren. Das ist zu viel. Wir können so viele Informationen auf einmal doch gar nicht im Hirn verarbeiten. Und bei Manövern geht das auch noch alles rasend schnell. Der 46-jährige Daniel Moussi ist seit mehr als 25 Jahren Seemann und seit zwölf Jahren als Kapitän auf Öltankern unterwegs. Gemeinsam mit Offizier Michel Bonnet hat ihn seine Reederei in Port Revelle angemeldet. Beide sollen demnächst auch große Containerschiffe der Reedereiflotte fahren. In Port Revelle sollen sie das nötige Gefühl für das Manövrieren mit solchen Bootstypen bekommen. Daniel Moussi gibt die Anweisungen, Michel Bonnet führt sie aus. Doch die Eingewöhnung auf das Miniboot fällt ihnen noch schwer. Wenn man zu langsam ist, sind die Kräfte unter dem Wasser stärker und du kannst das Boot nicht kontrollieren. Es ist also immer ein Abwägen von nicht zu schnell zu sein und zu schauen, was unter einem passiert, weil das Schiff sehr schwer beladen ist. Und dann gibt es noch andere Effekte wie Strömungen und Wind, aufgrund dessen man die Geschwindigkeit und den Winkel der Fahrtrichtung abschätzt. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Beliebte Hilfsmittel für das Erzeugen von Notfallsituationen sind Wellenmaschine und Windgenerator. Sie erschaffen bis zu 30 Zentimeter hohe Wellen. Das entspricht einer Wellenhöhe von sieben Metern auf See. In den kleinen Übungsbooten fühlt sich Wind der Stärke 4 an wie ein ausgewachsener Orkan. Unter diesen Bedingungen sollen Michel Bonnet und Daniel Moussi in einem engen Kanal einen Notstopp üben. Sie sollen den Anker so auswerfen, dass sie trotz Wind und Wellen im Fahrwasser bleiben und das Schiff nicht auf Grund setzen oder beschädigen. Eine Situation, die ihnen im Arbeitsalltag nur sehr selten passieren wird. Ausbilder Jean-Paul Jean-Jean ist nicht zufrieden und schickt die Offiziere auf eine erneute Runde. Vielleicht hat man so eine Situation einmal in seiner Karriere, aber dann ist es notwendig, richtig zu reagieren. Einige Studenten sagen, wir benutzen doch nie den Anker. Aber wenn man auch nur einmal dieses Problem hat, ist es eben notwendig, es zu können. Wenn du es gut machst, ist es okay. Wenn nicht, dann wirst du dein Bild schon am nächsten Morgen in der Zeitung sehen. Der Trainingsparcours in Port Revelle umfasst eine beschiffbare Länge von drei Seemeilen. Neben den maßstabsgetreu konzipierten Schiffen sind hier auch die Molen und Kanäle exakt der Realität angepasst. So auch dem Suezkanal in Ägypten. In dieser engen Passage bleiben die beiden Franzosen unerwartet stecken. Für das Team eine peinliche Situation, denn auch wenn dies nur ein Übungsplatz ist, was in der Realität hätte passieren können, ist immer in den Köpfen der Kapitäne. Ich weiß nicht, ob es meine Schuld ist oder ob es ein Problem mit der Tiefe hier ist. Der Motor war auf einmal fast aus und dann ist das Schiff auf diese eine Seite gekommen und auf Grund gelaufen. Dieses Training ist sehr realistisch. Alle Modelle sind sehr stimmig und man kann alles machen, was man im echten Leben eben nicht darf. Im wirklichen Leben sehe es sich jetzt im Gefängnis. In Port Revelle kümmert sich die hauseigene Werkstatt darum, die kleinen Schäden wieder zu reparieren. Auch der Neubau der Modellschiffe und der ferngesteuerten Schlepper geschieht hier. Ein Jahr dauert es, bis aus Fiberglas und einem Stahlgerüst ein neues Boot entsteht. Der LNG-Carrier Q-Max ist das neueste Mitglied der Flotte. Rund 315.000 Euro hat der Nachbau des im Original 345 Meter langen Frachters gekostet. Am Ende konnte Port Revelle-Direktor Arthur de Gros stolz sein. Die Menschen, die das Originalboot genau kannten, kamen zu uns und sie waren sehr zufrieden mit dem Modell. Der Kapitän der Q-Max war hier und er sagte, das ist mein Schiff. Das ist die beste Anerkennung, die wir bekommen können, dass der Kapitän sich auf unserem Modellboot fühlt wie auf seinem echten Schiff. Mit dem Riesenfrachter sollen Daniel Mossy und Michel Bonnet nun in einen Kanal einfahren, der zweite Anlauf. Dann erhalten sie von Ausbilder Jean-Paul Jean-Jean die Information, dass ihnen ein zweites Schiff entgegenkommt. Solche Situationen kommen gerade in dicht befahrenen Seegebieten wie dem Panama-Kanal oder auch der Kadettrinne oft vor. Die Kapitäne und Offiziere müssen vor allem den Wind und die Strömung, die durch die beiden Schiffe entsteht, richtig einschätzen. Sind an Bord beider Schiffe gut ausgebildete und ausgeruhte Offiziere auf der Brücke, ist eine solche Vorbeifahrt ein normales Manöver. Wenn sie mit dem Bug auf einer Linie sind, machen sie den Propeller aus und drehen sich um das andere Schiff herum. Man kann es sehen. Es ist kein Problem, weil alle Kräfte im Gleichgewicht sind, wenn sie in dem Kanal das andere Schiff treffen. Deswegen funktioniert es sehr sicher und gut, obwohl sie sich noch nicht einmal in der Mitte befinden. Unter der Anleitung des Ausbilders gleiten beide Boote scheinbar einfach aneinander vorbei. Diesmal hat die Übung funktioniert. Kapitän Daniel Moussi ist überzeugt von den Möglichkeiten des Modellparks. Man weiß nie, wozu man fähig ist in einer gefährlichen Situation, aber zumindest habe ich hier einige Lösungen erhalten, Wissen von erfahrenen Lehrern. Alleine wäre ich da wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Jetzt kann ich mich in künftigen Situationen daran erinnern. Durch das Training mit den bis zu 15 Meter langen Modellbooten in Port Revelle erhoffen sich Räder, auch mangelhaft ausgebildete Offiziere so weit nachzuschulen, dass sie später den Kapitän auf der Brücke entlasten können. Im Simulator in Warnemünde laufen die Studenten auf der virtuellen Ital Contessa mittlerweile den Hafen von Rotterdam an. So, jetzt sind sie kurz vor dem Mullen. Jetzt gehen wir in Blackout mit den entsprechenden Malfunctions. Blackout bedeutet kompletter Elektronik und Maschinenausfall. Kein Radar, kein Antrieb, keine Steuermöglichkeit. Das Schiff treibt auf die enge Hafeneinfahrt zu. Maschinenraum Ital Contessa. Wir laufen jetzt ein in Rotterdam. Wir brauchen unbedingt die Maschine. Wir sind hier in schwierigen Gewässern. Wie ist Ihre Situation? Im Untergeschoss des Simulators ist ein funktionstüchtiger Maschinenkontrollraum nachgebaut. Simultan zu den Szenarien auf der 360-Grad-Brücke müssen hier die angehenden Schiffsingenieure auch auf den Notfall reagieren. Kapitänin in Spee, Birgit Schmunk, bittet den Tauer in der Zwischenzeit, eine Warnung auszugeben, dass die Ita Contessa führungslos dahintreibt und damit zur Gefahr für andere in den Hafen einfahrende Schiffe wird. Also man kann Übungen kreieren, was wir natürlich so im Mittelpart der Ausbildung machen, wo kleinere Malfunctions, wie wir sagen, eingebaut werden, aber einlaufen mit Schiffen derartiger Größenordnung in einen Hafen, der nicht ganz einfach ist, ohne Lotsen, auch nicht ganz einfach, mit Schlepperhilfe, die aber immer noch entfernt ist. Und dann noch ein Blackout ist schon die Hochschule. Ja, das Schiff ist manövrierenfähig. Wir haben aber noch Geschwindigkeit durch das Wasser. Wir sind ja jetzt nicht sofort gestoppt. Wir befinden uns in einem engen Fahrwasser und um zu vermeiden, dass wir jetzt auf Grund laufen oder Fahrwasserrand, brauchen wir jetzt Unterstützung und haben die Schlepper angefordert. Doch es kommt noch schlimmer. Ein Kreuzfahrtschiff will überholen. Europa, this is Ita Contessa. We are not under command. And I do not agree. Da ist ein Passagierschiffachter und die wollen uns jetzt an unserer Steuerbordseite überholen, aber das Fahrwasser ist sehr eng. Und die sind ja nur auch kein Paddelboot, die haben ja auch eine bestimmte Breite und dann gibt es also Interaktion mit den beiden Schiffen. Und so. Und Moment. Sven Dresen lässt seinen Studenten nicht zur Ruhe kommen. Langsam zieht das Kreuzfahrtschiff an Steuerbord vorbei. Also das Problem ist, wenn die Europa uns überholt, dann entstehen zwischen den beiden Schiffen Effekte, Durchströmungseffekte und dann kann es passieren, dass unser Schiff quasi jetzt von der Europa angezogen wird und dann irgendwo anders hintreibt. Wo wir jetzt die Schlepper noch nicht fest hatten, dann hätte ja passieren können, was halt so passiert und mit den Schleppern können wir denen jetzt aber diesen Effekten entgegenwirken. Und das ist ganz gut. Dadurch können die uns jetzt überholen und wenn die uns überholt haben, können wir dann quasi auch Fahrt wieder aufnehmen und zu unserem Liegeplatz, zu unserem Bestimmten hinfahren. Die Übung ist zu Ende. Manöverkritik. Die Studenten haben die Situation nahezu perfekt gelöst. Doch Sven Dresen warnt davor, aufgrund solcher Erfolge junge Offiziere zu überschätzen, ihnen zu schnell zu viel Verantwortung zu übergeben. Wenn ein grundausgebildeter Seemann, Nautiker zum Beispiel, wie wir sagen, in die Reederei, also gleich nach dem Studium an Bord kommt, dann muss man einfach wissen, das ist kein fertiger Kapitän oder keine fertige Kapitänin, sondern ein grundausgebildeter Seemann. Und dann muss auch die Reederei sich sagen, Weiterbildungsmaßnahmen sind notwendig und diese zum Beispiel auch im Simulator nutzen. Die echte Ital Contessa hat mittlerweile ebenfalls Rotterdam erreicht. Der vom Räder bestellte Lotse kommt an Bord. Auf Kapitän Buchter warten wieder einige Stunden Entladen und Laden und die dazugehörigen Behördengänge. Die Seefahrt, die er 40 Jahre lang kannte, ist ein schnelllebiges Just-in-Time-Geschäft geworden, hektisch und anstrengend. Laut Erhebung werden in den kommenden zehn Jahren mehr als die Hälfte der erfahrenen Kapitäne und Offiziere in Rente gehen. Auch Kapitän Buchter wird nur noch ein Jahr zur See fahren. Wer soll dann die Brücken der modernen Frachtschiffe übernehmen? Romantische Erinnerungen an alte Zeiten, in denen nur ein Seemann die Welt entdecken konnte, werden nicht helfen, genügend junge Menschen für die Seefahrt zu begeistern. Es war ein anderes Leben, eine andere Seefahrt, ein anderes Verständnis. Es war, wir hatten mehr Zeit alle. Und die Vorgaben, dann müsst ihr da sein, jetzt ging es nicht um Stunden, es ging um Tage. Und jetzt ist es Stunden, jetzt ist Fahrplan. Es sind da so einige, in Erinnerung kommen wir wieder hoch, ja so war das mal. Aber man soll es nicht vergessen. Es war auch schön. Die moderne Schifffahrt steht am Scheideweg. Statt noch mehr Technik und noch schnelleren Schiffen muss der Beruf als Offizier und Kapitän wieder attraktiver gemacht werden. Nur so fangen wieder genügend junge Menschen eine Offiziersausbildung an. Gelingt dies nicht, stehen der Seefahrt nicht genügend Fachkräfte zur Verfügung. Verkürzte Ausbildungswege an den Universitäten bringen trotz modernster Simulatortechnik da nur Bedingtentlastung. Zwar stehen der Seefahrt nun junge Offiziere schneller als früher zur Verfügung, doch die Stunden im Simulator können nicht die Praxis als Matrose ersetzen. Überforderung und Abbruchquoten von bis zu 50 Prozent sind die Folge. Nachschulungen in Trainingscentern wie Port Revelle sind eine Möglichkeit, das Niveau auf der Brücke zu steigern und den Kapitänen bessere Offiziere an die Seite zu stellen. Doch eigentlich sind solche Einrichtungen zur Weiterbildung und nicht als Grundlagenschulung gedacht. Darüber hinaus können derzeit auch die nachgeschulten Offiziere den Personalbedarf nicht decken. Viele Redereien, wie auch die von Kapitän Buchter, haben mittlerweile reagiert. Auf eigenen Simulatoren bilden sie ihre Jungoffiziere weiter, führen sie Schritt für Schritt an die Verantwortung heran. Bei aller modernen Technik sind es letztendlich die Menschen an Bord, die im Notfall entscheiden. Sind diese erholt und motiviert, treffen sie die richtigen Entscheidungen. Doch solange dies nicht auch die Billiganbieter in der Seefahrt erkennen, muss man sich weiter auf eine steigende Zahl von Schiffsunglücken einstellen. Ausgerechnet am Great Barrier Reef diesem einzigartigen Ökosystem vor der Ostküste Australiens passierte es. Im April 2010 läuft die Shen Neng 1 mit voller Fahrt auf das Korallenriff und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Schuld an der Havari soll der erste Offizier haben. In der Nacht zuvor hatte er das Beladen des Schiffes überwacht und dabei kaum geschlafen. Völlig übermüdet schätzt er dann am Nachmittag die Position des Frachters falsch ein. Dadurch kam das Schiff 15 Kilometer vom Kurs ab. Ein Einzelfall? Wohl kaum. Kapitäne und Offiziere haben in 96 Prozent der Fälle angeblich Schuld. So eine Studie der Europäischen Agentur für Sicherheit des Seeverkehrs. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten steigt seit 2002 außerdem die Zahl der Schiffsunglücke wieder an. Doch warum passieren den Kapitänen immer mehr Fehler? Was läuft falsch? Der Hamburger Hafen. Umschlagplatz für jährlich mehr als 100 Millionen Tonnen Ware. 95 Prozent des globalen Güterverkehrs werden über die Seefahrt abgewickelt und die Nachfrage steigt. Immer größere Schiffe sind unterwegs. Dank moderner Technik ist immer weniger Personal für das Führen eines Schiffes nötig. Aber entlastet die Technik auch die Kapitäne und Offiziere? Wieso kommt es trotz immer mehr Hightech zu immer mehr Unfällen? Am Burchardt-Kai wird die MS Ital Contessa beladen. Mit 334 Metern Länge und 42 Metern Breite ist sie eines der größten Frachtschiffe der Welt. Am Nachmittag soll die Contessa in Richtung China ablegen. Kapitän Ralf Buchter ist während des Beladens auf dem Weg in den Maschinenraum. Ein 12-Zylinder-Hauptantrieb mit 100.000 PS, so hoch wie ein fünfstöckiges Wohnhaus, sorgt dafür, dass die Ital Contessa eine Spitzengeschwindigkeit von 25 Knoten erreichen kann. Im Maschinenkontrollraum überwachen insgesamt 15 Ingenieure und Maschinisten die drei Computeranlagen. Diese steuern den Hauptantrieb, die gesamte Bordelektronik und die für die Stromerzeugung wichtigen Dieselgeneratoren. Das sind verschiedene Computer, die haben die verschiedenen Systeme zu überwachen. Und wenn irgendwie die Störung auftritt, dann kommt das zusammen auf den Alarmpendel, was da ist. Das ist hier die Zentralisierung der ganzen Anlage. Die Brücke der Ital Contessa. Auch hier modernste Technik. Ein Autopilot hält den Kurs bis auf zwei Grad genau. Offizier und Kapitän müssen nur noch im Notfall ans Ruder. Die Radargeräte verarbeiten die Datenflut des sogenannten AIS-Systems. Dabei sendet jedes Schiff über zwei UKW-Kanäle Informationen wie Name, Kurs und Geschwindigkeit. Andere Schiffe oder die Tower an Land empfangen die Daten und stellen sie auf dem Radar dar. Kapitäne können dadurch Kollisionen vermeiden, da das System auch ständig die Entfernung zu anderen Schiffen mischt und im Notfall Alarm schlägt. Schiff Out of Command oder Schiff Grounding gebe ich ein, das geht sofort raus und alle Schiffe sind gewarnt. Und das ist eigentlich das letzte, neueste System des AIS. Und da sind die ganzen Daten von anderen Schiffen, die kommen hier an, kann ich ablesen. Oder meine Daten gebe ich auch ein und er kann auch gucken, was ist da los, warum geht er quer. Auf der Brücke laufen darüber hinaus alle Alarmmeldungen aus allen Schiffsabteilungen zusammen. Dank der Computervernetzung hat der Kapitän mit nur einem Monitor alles im Blick. Manchmal sagen wir, die Alarme sind zu viel. Einige Alarme müssen nicht auf die Brücke erscheinen. Wenn der Sauna-Alarm, wenn der Sauna irgendwie was ist, der drückt auf den Knopf oder wenn der Elevator alles kommt auf die Brücke. Da könnte man ein kleines bisschen weniger machen. Doch nicht nur die Technik an Bord der Schiffe hat sich verändert. Auch die Hafen-Terminals sind immer moderner geworden. In Hamburg können mittlerweile bis zu vier Container zeitgleich unter und auf dem Deck der Schiffe gestapelt werden. Computer errechnen die dazu notwendige Logistik, damit die Schiffe auch so beladen werden, dass Container für den nächsten Hafen gleich oben auflagern. Da nicht jeder Container gleich schwer ist, muss auch die Gewichtsverteilung mit einkalkuliert werden. Durch diese moderne Hafenlogistik dauert das Beladen der MS Ital Contessa mit 8100 Containern in Hamburg nur noch Stunden, anstatt wie früher Tage. Auch in den meisten anderen Containerhäfen der Welt gehören lange Liegezeiten der Vergangenheit an. Die Verantwortung ist größer geworden, ja, in dem Moment, weil die Schiffe sehr teuer geworden sind, viel Elektronik an Bord und viel mehr Druck vom Chartreer mit Geschwindigkeit, Fahrplan-Einhaltung. Und man muss Fahrplan-Einhaltung, aber im Betrag der Sicherheit. Und das ist die Verantwortung, genau was kann ich machen, was ist machbar und wann kommt die Sicherheit vor uns. Und das muss man abwägen, das ist der Druck. Und jeder Chartreer will die ganzen Container so schnell wie möglich im nächsten Hafen haben. Wenn mir das Schiff fest ist, könnte ich eigentlich schlafen und dann kommen die Behörden. Und wenn man dann wieder schlafen geht, dann kommt Pozet-Control, dann kommt der Hafenkaptän, dann kommt auch eine andere Kontrolle und dann laufe ich schon wieder aus. So erleichtert die moderne Technik zwar einiges, schafft zeitgleich aber neue Belastungen. Knapp 200 Kilometer weiter östlich ist eine andere Ital Contessa bereits auf voller Fahrt Richtung Rotterdam. Eine virtuelle Ital Contessa. Sie ist ein Datenkonstrukt eines der modernsten und leistungsfähigsten Simulatoren der Welt. An der Universität Wismar werden damit angehende Offiziere ausgebildet. Waren früher mehrere Jahre als Matrose Pflicht, reichen nun drei Jahre Studium, um Offizier zu werden. Dann sollen die Absolventen vorbereitet sein, um als dritter Offizier die Wache auf der Brücke und damit Verantwortung für Menschenleben und Schiff zu übernehmen. Nach drei Jahren können sie dann zum Kapitän befördert werden. Der Simulator soll die fehlende Praxis kompensieren. Es ist ein unglaublich starker Seegang. Also wir sind das in den Übungen sonst nicht so gewöhnt. Das sind moderate Wetterverhältnisse. Aber es ist sehr gut, das mal zu sehen. Und wir müssen uns auch ein bisschen festhalten hier, weil es echt realistisch ist. Ein Stockwerk tiefer ist das Herzstück des Simulators. Die Server- und Ausbilderebene. Jedes Seegebiet der Welt ist abrufbar. Ebenso sind existierende Schiffe und Häfen am Computer nachkonstruiert worden, um die Simulation so real wie möglich zu gestalten. Die Idee des Simulators ist natürlich grundsätzlich, dass man hier die Möglichkeit hat, Szenarien, Situationen zu üben, die an Bord schlecht möglich sind. Blackout möchte man nicht so gerne haben, ein Feuer an Bord, eine Grundberührung schon gar nicht oder eine Kollision. Die sind natürlich hier möglich. Die Ausbilder können die virtuelle Welt per Mausklick ändern. Die bestimmen, ob den Studenten plötzlich ein anderes Boot auf Kollisionskurs entgegenkommt oder ein Orkan aufzieht. Das sind Studenten, die haben ein Praxissemester vor dem Studium gemacht oder fahren in den Ferien oder gehen jetzt in das Praxissemester. Also das sind Monate. Also das kann man alles noch in Monaten zählen, was wir an Erfahrung haben. Und deswegen haben wir auch diesen Simulator, damit wir uns vorbereiten können auf die Praxis. Doch reicht solch eine virtuelle Erfahrung wirklich aus, um an Bord eines echten Schiffes später sofort Verantwortung übernehmen zu können? Dieses komplexe Gebilde, Schiffsführung an Bord, Praxis, kann man in einem Simulator nicht üben. Man kann verschiedene Szenarien nachstellen. Man kann auch diesen Part Teamfähigkeit, Bridge Team oder Bridge Resource Management nachempfinden auf der Brücke. Dann ist man aber auf der Brücke, dann ist man auf der Maschine. Also es funktioniert natürlich im Simulator nicht, diese Gesamtsituation an Bord nachzustellen. Doch gerade dieses Bridge Team Management fehlt den jungen Offizieren. Also die Fähigkeit, das Team auf der Brücke anzuleiten. Die kommen nur mit Theorie an Bord. Und das reicht nicht. Die Praxis müsst ihr hier lernen. Die Ausbildung ist nicht mit der Schule abgeschlossen. Die Ausbildung muss ich an Bord weitermachen. Und das ist das Problem. Inwieweit ist der Hande bereit, das zu übernehmen, was ich ihm vorführe? Hafenlotse Jan Fenghaus ist an Bord der Ital Contessa gekommen. Gemeinsam mit Kapitän Ralf Buchter überwacht er das Einladen der letzten Container. Dass die Kapitäne oft mit den wachsenden Aufgaben und der Ausbildung der unerfahrenen jungen Offiziere überfordert sind, erlebt er täglich. Gründlicher war bei uns auf jeden Fall die Praxisausbildung an Deck. Also wir sind Seeleute geworden und dann irgendwann Offiziere. Und das ist heute weniger geworden. Ist aber auch meines Erachtens je nach Ausrüstung der Schiffe schon machbar. Wünschungswert wäre es trotzdem, wenn es schöner wäre. Wir haben damit häufig zu tun, dass Besatzungen nicht ganz so schnell funktionieren, wie sie idealerweise könnten oder sollten. Aber das ist einfach der Lauf der Zeit, dass da weniger Wert drauf gelegt wird. Das Beladen der Ital Contessa ist beendet. Mit der Hilfe vom Hafenlotsen legt der Kapitän in Hamburg ab. Über die Elbe geht es in Richtung Nordsee. Morgen früh wird die Ital Contessa in Rotterdam erwartet. Die Reederei will dort die Hafenlotsen buchen, wartet deshalb auf den turnusmäßigen Statusbericht. Vom Funkplatz aus gibt Kapitän Ralf Buchter diesen alle zwei Stunden per Satellit ab. Will sich der Reed dazwischendurch informieren, kann er jederzeit die Position seines Schiffes per AIS abrufen. Immer mehr Aufgaben, immer weniger erfahrene Jungoffiziere und immer mehr Zeitdruck. Ein Mix, der schwer auf den Schultern der Kapitäne lastet. Immer häufiger gehen daher gerade junge Offiziere nach durchschnittlich drei bis fünf Jahren wieder von Bord, suchen sich an Land einen stressfreien Arbeitsplatz und fehlen damit der Seefahrt. Um dieses Nachwuchsproblem zu lösen, hat die internationale maritime Organisation IMO bereits Ende der 90er Jahre die Zugangsvoraussetzungen für das Kapitänspatent gesenkt. Doch dies führte nicht zu der erhofften Entspannung, sondern zu einer Schwämme von schlecht ausgebildeten Offizieren. Auch im ersten Offizier muss ich vorher fragen, wo kommst du her, was hast du gelernt, welche Technik kennst du, beherrschst du. Und dann wird die Abstimmung gemacht, ob ich oben bleibe oder schlafen gehen kann. Da es aber oft keine Alternative zu solchen Offizieren gibt, schicken jetzt immer mehr Räder die jungen Offiziere zu Nachschulungen. Eines der ältesten Trainingscenter liegt im französischen Port Revelle. In kleinen bemannten Modellbooten, sogenannten Manned Models, schippern Kapitäne und Offiziere hier über einen 5 Hektar großen See. Die Boote sind original Nachbauten echter Schiffe im Maßstab 1 zu 25. Dadurch verhalten sich die Modellboote bei Manövern genauso wie ihre realen Vorbilder. Die Boote werden von einem per Batterie betriebenen Elektromotor mit 0,3 PS angetrieben. Ein Computer an Bord übermittelt die Daten wie Geschwindigkeit, Position und Radar per GPS an die Basisstation. Dort können später alle Manöver und Aktionen ausgewertet werden. Wenig Hightech, dafür mehr Gefühl, so das Credo in Port Revelle. Die Kapitäne sollen aus Fehlern lernen können. Die Anlage wurde Anfang der 60er Jahre durch den Mineralölkonzern Esso gegründet. Mittlerweile ist sie im Besitz einer Beratungsfirma. Räder können hier diverse Kurse für ihre Offiziere buchen. Eine einwöchige Trainingseinheit kostet rund 11.000 Euro. Die Kapitäne haben die Möglichkeit, Manöver zu trainieren, die ihnen auf hoher See bevorstehen, ohne gleich Mannschaft und Schiff in Gefahr zu bringen. Für Betrachter sehen die sehr langsamen Fahrten eher befremdlich aus. Der einzige Unterschied zu Manövern mit den Originalschiffen ist, dass durch den Maßstab alles fünfmal schneller abläuft. Dies bedeutet auch, dass die Kapitäne fünfmal schneller reagieren müssen. Die Betreiber in Port Revelle sehen dies als großen Vorteil. Die Kapitäne werden gezwungen, die Abläufe so zu verinnerlichen, dass sie sie später automatisch abrufen können. Das senkt die Abhängigkeit von der Technik. Es ist sehr schwierig. Man hat sehr viele Apparate und Computer. Da sagen wir, es wäre viel besser, mal rauszugehen und den Wind zu spüren, als immer nur drinnen zu sitzen und auf all die Computer zu starren. Das ist zu viel. Wir können so viele Informationen auf einmal doch gar nicht im Hirn verarbeiten. Und bei Manövern geht das auch noch alles rasend schnell. Der 46-jährige Daniel Moussi ist seit mehr als 25 Jahren Seemann und seit zwölf Jahren als Kapitän auf Öltankern unterwegs. Gemeinsam mit Offizier Michel Bonnet hat ihn seine Reederei in Port Revelle angemeldet. Beide sollen demnächst auch große Containerschiffe der Reedereiflotte fahren. In Port Revelle sollen sie das nötige Gefühl für das Manövrieren mit solchen Bootstypen bekommen. Daniel Moussi gibt die Anweisungen, Michel Bonnet führt sie aus. Doch die Eingewöhnung auf das Mini-Boot fällt ihnen noch schwer. Wenn man zu langsam ist, sind die Kräfte unter dem Wasser stärker und du kannst das Boot nicht kontrollieren. Es ist also immer ein Abwägen von nicht zu schnell zu sein und zu schauen, was unter einem passiert, weil das Schiff sehr schwer beladen ist. Und dann gibt es noch andere Effekte wie Strömungen und Wind, aufgrund dessen man die Geschwindigkeit und den Winkel der Fahrtrichtung abschätzt. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Beliebte Hilfsmittel für das Erzeugen von Notfallsituationen sind Wellenmaschine und Windgenerator. Sie erschaffen bis zu 30 Zentimeter hohe Wellen. Das entspricht einer Wellenhöhe von sieben Metern auf See. In den kleinen Übungsboten fühlt sich Wind der Stärke 4 an wie ein ausgewachsener Orkan. Unter diesen Bedingungen sollen Michel Bonnet und Daniel Moussi in einem engen Kanal einen Notstopp üben. Sie sollen den Anker so auswerfen, dass sie trotz Wind und Wellen im Fahrwasser bleiben und das Schiff nicht auf Grund setzen oder beschädigen. Eine Situation, die ihnen im Arbeitsalltag nur sehr selten passieren wird. Ausbilder Jean-Paul Jean-Jean ist nicht zufrieden und schickt die Offiziere auf eine erneute Runde. Vielleicht hat man so eine Situation einmal in seiner Karriere, aber dann ist es notwendig, richtig zu reagieren. Einige Studenten sagen, wir benutzen doch nie den Anker, aber wenn man auch nur einmal dieses Problem hat, ist es eben notwendig, es zu können. Wenn du es gut machst, ist es okay. Wenn nicht, dann wirst du dein Bild schon am nächsten Morgen in der Zeitung sehen. Der Trainingsparcours in Port Revelle umfasst eine beschiffbare Länge von drei Seemeilen. Neben den maßstabsgetreu konzipierten Schiffen sind hier auch die Molen und Kanäle exakt der Realität angepasst. So auch dem Suezkanal in Ägypten. In dieser engen Passage bleiben die beiden Franzosen unerwartet stecken. Für das Team eine peinliche Situation, denn auch wenn dies nur ein Übungsplatz ist, was in der Realität hätte passieren können, ist immer in den Köpfen der Kapitäne. Ich weiß nicht, ob es meine Schuld ist oder ob es ein Problem mit der Tiefe hier ist. Der Motor war auf einmal fast aus und dann ist das Schiff auf diese eine Seite gekommen und auf Grund gelaufen. Dieses Training ist sehr realistisch. Alle Modelle sind sehr stimmig und man kann alles machen, was man im echten Leben eben nimmt. Ich darf. Im wirklichen Leben sehe es sich jetzt im Gefängnis. In Port Revelle kümmert sich die hauseigene Werkstatt darum, die kleinen Schäden wieder zu reparieren. Auch der Neubau der Modellschiffe und der ferngesteuerten Schlepper geschieht hier. Ein Jahr dauert es, bis aus Fiberglas und einem Stahlgerüst ein neues Boot entsteht. Der LNG-Carrier Q-Max ist das neueste Mitglied der Flotte. Rund 315.000 Euro hat der Nachbau des im Original 345 Meter langen Frachters gekostet. Am Ende konnte Port Revelle-Direktor Arthur de Gros stolz sein. Die Menschen, die das Originalboot genau kannten, kamen zu uns und sie waren sehr zufrieden mit dem Modell. Der Kapitän der Q-Max war hier und er sagte, das ist mein Schiff. Das ist die beste Anerkennung, die wir bekommen können, dass der Kapitän sich auf unserem Modellboot fühlt wie auf seinem echten Schiff. Mit dem Riesenfrachter sollen Daniel Mossy und Michel Bonnet nun in einen Kanal einfahren, der zweite Anlauf. Dann erhalten sie von Ausbilder Jean-Paul Jean-Jean die Information, dass ihnen ein zweites Schiff entgegenkommt. Solche Situationen kommen gerade in dicht befahrenen Seegebieten wie dem Panama-Kanal oder auch der Kadettrinne oft vor. Die Kapitäne und Offiziere müssen vor allem den Wind und die Strömung, die durch die beiden Schiffe entsteht, richtig einschätzen. Sind an Bord beider Schiffe gut ausgebildete und ausgeruhte Offiziere auf der Brücke, ist eine solche Vorbeifahrt ein normales Manöver. Wenn sie mit dem Bug auf einer Linie sind, machen sie den Propeller aus und drehen sich um das andere Schiff herum. Man kann es sehen. Es ist kein Problem, weil alle Kräfte im Gleichgewicht sind, wenn sie in dem Kanal das andere Schiff treffen. Deswegen funktioniert es sehr sicher und gut, obwohl sie sich noch nicht einmal in der Mitte befinden. Unter der Anleitung des Ausbilders gleiten beide Boote scheinbar einfach aneinander vorbei. Diesmal hat die Übung funktioniert. Kapitän Daniel Moussi ist überzeugt von den Möglichkeiten des Modellparks. Man weiß nie, wozu man fähig ist in einer gefährlichen Situation. Aber zumindest habe ich hier einige Lösungen erhalten, Wissen von erfahrenen Lehrern. Alleine wäre ich da wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Jetzt kann ich mich in künftigen Situationen daran erinnern. Durch das Training mit den bis zu 15 Meter langen Modellbooten in Port Revelle erhoffen sich Räder, auch mangelhaft ausgebildete Offiziere so weit nachzuschulen, dass sie später den Kapitän auf der Brücke entlasten können. Im Simulator in Warnemünde laufen die Studenten auf der virtuellen Ital Contessa mittlerweile den Hafen von Rotterdam an. So, jetzt sind sie kurz vor den Moulen. Jetzt gehen wir in Blackout mit den entsprechenden Malfunctions. Blackout bedeutet kompletter Elektronik und Maschinenausfall. Kein Radar, kein Antrieb, keine Steuermöglichkeit. Das Schiff treibt auf die enge Hafeneinfahrt zu. Maschinenraum Ital Contessa. Wir laufen jetzt ein in Rotterdam. Wir brauchen unbedingt die Maschine. Wir sind hier in schwierigen Gewässern. Wie ist Ihre Situation? Im Untergeschoss des Simulators ist ein funktionstüchtiger Maschinenkontrollraum nachgebaut. Simultan zu den Szenarien auf der 360-Grad-Brücke müssen hier die angehenden Schiffsingenieure auch auf den Notfall reagieren. Kapitänin in Spee, Birgit Schmunk, bittet den Tower in der Zwischenzeit, eine Warnung auszugeben, dass die Ita Contessa führungslos dahin treibt und damit zur Gefahr für andere in den Hafen einfahrende Schiffe wird. Also man kann Übungen kreieren, was wir natürlich so im Mittelpart der Ausbildung machen. Wo kleinere Malfunctions, wie wir sagen, eingebaut werden, aber einlaufen mit Schiffen derartiger Größenordnung in einen Hafen, der nicht ganz einfach ist, ohne Lotsen, auch nicht ganz einfach, mit Schlepperhilfe, die aber immer noch entfernt ist und dann noch ein Blackout, ist schon die hohe Schule. Ja, das Schiff ist manövrierenfähig. Wir haben aber noch Geschwindigkeit durch das Wasser. Wir sind ja jetzt nicht sofort gestoppt. Wir befinden uns in einem engen Fahrwasser und um zu vermeiden, dass wir jetzt auf Grund laufen oder Fahrwasser ran. ... in Gefahr zu bringen. Für Betrachter sehen die sehr langsamen Fahrten eher befremdlich aus. Der einzige Unterschied zu Manövern mit den Originalschiffen ist, dass durch den Maßstab alles fünfmal schneller abläuft. Dies bedeutet auch, dass die Kapitäne fünfmal schneller reagieren müssen. Die Betreiber in Port Revelle sehen dies als großen Vorteil. Die Kapitäne werden gezwungen, die Abläufe so zu verinnerlichen, dass sie sie später automatisch abrufen können. Das senkt die Abhängigkeit von der Technik. Es ist sehr schwierig. Man hat sehr viele Apparate und Computer. Da sagen wir, es wäre viel besser, mal rauszugehen und den Wind zu spüren, als immer nur drinnen zu sitzen und auf all die Computer zu starren. Das ist zu viel. Wir können so viele Informationen auf einmal doch gar nicht im Hirn verarbeiten. Und bei Manövern geht das auch noch alles rasend schnell. Der 46-jährige Daniel Moussi ist seit mehr als 25 Jahren Seemann und seit zwölf Jahren als Kapitän auf Öltankern unterwegs. Gemeinsam mit Offizier Michel Bonnet hat ihn seine Reederei in Port Revelle angemeldet. Beide sollen demnächst auch große Containerschiffe der Reedereiflotte fahren. In Port Revelle sollen sie das nötige Gefühl für das Manövrieren mit solchen Bootstypen bekommen. Daniel Moussi gibt die Anweisungen, Michel Bonnet führt sie aus. Doch die Eingewöhnung auf das Miniboot fällt ihnen noch schwer. Wenn man zu langsam ist, sind die Kräfte unter dem Wasser stärker und du kannst das Boot nicht kontrollieren. Es ist also immer ein Abwägen von nicht zu schnell zu sein und zu schauen, was unter einem passiert, weil das Schiff sehr schwer beladen ist. Und dann gibt es noch andere Effekte wie Strömungen und Wind, aufgrund dessen man die Geschwindigkeit und den Winkel der Fahrtrichtung abschätzt. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Beliebte Hilfsmittel für das Erzeugen von Notfallsituationen sind Wellenmaschine und Windgenerator. Sie erschaffen bis zu 30 Zentimeter hohe Wellen. Das entspricht einer Wellenhöhe von sieben Metern auf See. In den kleinen Übungsboten fühlt sich Wind der starke 4 an wie ein ausgewachsener Orkan. Unter diesen Bedingungen sollen Michel Bonnet und Daniel Moussi in einem engen Kanal einen Notstopp üben. Sie sollen den Anker so auswerfen, dass sie trotz Wind und Wellen im Fahrwasser bleiben und das Schiff nicht auf Grund setzen oder beschädigen. Eine Situation, die ihnen im Arbeitsalltag nur sehr selten passieren wird. Ausbilder Jean-Paul Jean-Jean ist nicht zufrieden und schickt die Offiziere auf eine erneute Runde. Wir haben ein Praxissemester vor dem Studium gemacht oder fahren in den Ferien oder gehen jetzt in das Praxissemester. Also das sind Monate, also das kann man alles noch in Monaten zählen, was wir an Erfahrung haben. Deswegen haben wir ja auch diesen Simulator, damit wir uns vorbereiten können auf die Praxis. Doch reicht solch eine virtuelle Erfahrung wirklich aus, um an Bord eines echten Schiffes später sofort Verantwortung übernehmen zu können? Dieses komplexe Gebilde, Schiffsführung an Bord, Praxis, kann man in einem Simulator nicht üben. Man kann verschiedene Szenarien nachstellen, man kann auch diesen Part Teamfähigkeit, Bridge-Team oder Bridge-Resource-Management nachempfinden auf der Brücke. Dann ist man aber auf der Brücke, dann ist man auf der Maschine. Also es funktioniert natürlich im Simulator nicht, diese Gesamtsituation an Bord nachzustellen. Doch gerade dieses Bridge-Team-Management fehlt den jungen Offizieren, also die Fähigkeit, das Team auf der Brücke anzuleiten. Wir kommen nur mit Theorie an Bord und das reicht nicht. Die Praxis müsst ihr hier lernen. Die Ausbildung ist nicht mit der Schule abgeschlossen. Die Ausbildung muss ich an Bord weitermachen. Und das ist das Problem. Inwieweit ist der Hande bereit, das zu übernehmen, was ich ihm vorführe? Hafenlotse Jan Fenghaus ist an Bord der Ital-Contessa gekommen. Gemeinsam mit Kapitän Ralf Buchter überwacht er das Einladen der letzten Container. Dass die Kapitäne oft mit den wachsenden Aufgaben und der Ausbildung der unerfahrenen jungen Offiziere überfordert sind, erlebt er täglich. Gründlicher war bei uns auf jeden Fall die Praxisausbildung an Deck. Also wir sind Seeleute geworden und dann irgendwann Offiziere. Und das ist heute weniger geworden. Ist aber auch meines Erachtens je nach Ausrüstung der Schiffe schon machbar. Wünschenswert wäre es trotzdem, wenn es schöner wäre. Wir haben damit häufig zu tun, dass Besatzungen nicht ganz so schnell funktionieren, wie sie idealerweise könnten oder sollten. Aber das ist einfach der Lauf der Zeit, dass da weniger Wert drauf gelegt wird. Das Beladen der Ital-Contessa ist beendet. Mit der Hilfe vom Hafenlotsen legt der Kapitän in Hamburg ab. Über die Elbe geht es in Richtung Nordsee. Morgen früh wird die Ital-Contessa in Rotterdam erwartet. Die Reederei will dort die Hafenlotsen buchen, wartet deshalb auf den turnusmäßigen Statusbericht. Vom Funkplatz aus gibt Kapitän Ralf Buchter diesen alle zwei Stunden per Satellit ab. Will sich der Reed dazwischendurch informieren, kann er jederzeit die Position seines Schiffes per AIS abrufen. Also wir sind im Prinzip Dauer in Verbindung. Also von wegen die Pause einlegen und dann ein bisschen schneller fahren, ist nicht mehr. Das war vor Jahrzehnten, kann man sagen. Da hat man ausreden, wann müssen wir da sein? Okay, wir machen heute Weihnachten, wir fahren morgen weiter. Das ist nicht mehr drin. Das ist ökonomisch nicht mehr vertretbar. Immer mehr Aufgaben, immer wenig fangen die Daten und stellen sie auf dem Radar dar. Kapitäne können dadurch Kollisionen vermeiden, da das System auch ständig die Entfernung zu anderen Schiffen misst und im Notfall Alarm schlägt. Ein Schiff Out of Command oder ein Schiff Grounding gebe ich ein, das geht sofort raus und alle Schiffe sind gewarnt. Und das ist eigentlich das letzte, neueste System des AIS. Und da sind die ganzen Daten von anderen Schiffen, die kommen hier an, kann ich ablesen. Oder meine Daten gebe ich auch ein und der kann auch gucken, was ist da los, warum geht da quer. Auf der Brücke laufen darüber hinaus alle Alarmmeldungen aus allen Schiffsabteilungen zusammen. Dank der Computervernetzung hat der Kapitän mit nur einem Monitor alles im Blick. Manchmal sagen wir, die Alarme sind zu viel. Einige Alarme müssen nicht auf die Brücke erscheinen. Wenn der Sauna-Alarm, wenn der Sauna irgendwie was ist, der drückt auf den Knopf oder wenn der Elevator, alles kommt auf die Brücke. Da könnte man ein kleines bisschen weniger machen. Doch nicht nur die Technik an Bord der Schiffe hat sich verändert. Auch die Hafenterminals sind immer moderner geworden. In Hamburg können mittlerweile bis zu vier Container zeitgleich unter und auf dem Deck der Schiffe gestapelt werden. Computer errechnen die dazu notwendige Logistik, damit die Schiffe auch so beladen werden, dass Container für den nächsten Hafen gleich oben auflagern. Da nicht jeder Container gleich schwer ist, muss auch die Gewichtsverteilung mit einkalkuliert werden. Durch diese moderne Hafenlogistik dauert das Beladen der MS Ital Contessa mit 8100 Containern in Hamburg nur noch Stunden, anstatt wie früher Tage. Auch in den meisten anderen Containerhäfen der Welt gehören lange Liegezeiten der Vergangenheit an. Die Verantwortung ist größer geworden, ja, in dem Moment, weil die Schiffe sehr teuer geworden sind. Viel Elektronik an Bord und viel mehr Druck vom Schadraer mit Geschwindigkeit, Fahrplananhaltung. Und man muss Fahrplananhaltung, aber in Betracht der Sicherheit. Das ist die Verantwortung, genau was kann ich machen, was ist machbar und wann kommt die Sicherheit vor uns. Und das muss man abwägen, das ist der Druck. Und jeder Schadraer will die ganzen Container so schnell wie möglich im nächsten Hafen haben. Wenn mit dem Schiff fest ist, könnte ich eigentlich schlafen und dann kommen die Behörden. Und wenn man dann wieder schlafen geht, dann kommt Bordzeitkontrolle, dann kommt der Hafenkaptän, dann kommt auch eine andere Kontrolle und dann laufe ich schon wieder aus. So erleichtert die moderne Technik zwar einiges, schafft zeitgleich aber neue Belastungen. Knapp 200 Kilometer weiter östlich ist eine andere Ital Contessa bereits auf voller Fahrt Richtung Rotterdam. Eine virtuelle Ital Contessa. Sie ist ein Datenkonstrukt eines der modernsten und leistungsfähigsten Simulatoren der Welt. An der Universität Wismar werden damit angehende Offiziere ausgebildet. Waren früher mehrere Jahre ein Container. Dass die Kapitäne oft mit den wachsenden Aufgaben und der Ausbildung der unerfahrenen jungen Offiziere überfordert sind, erlebt er täglich. Gründlicher war bei uns auf jeden Fall die Praxisausbildung an Deck. Also wir sind Seeleute geworden und dann irgendwann Offiziere. Und das ist heute weniger geworden. Ist aber auch meines Erachtens je nach Ausrüstung der Schiffe schon machbar. Wünschenswert wäre es trotzdem, wenn es schöner wäre. Wir haben damit häufig zu tun, dass Besatzungen nicht ganz so schnell funktionieren, wie sie idealerweise könnten oder sollten. Aber das ist einfach der Lauf der Zeit, dass da weniger Wert drauf gelegt wird. Das Beladen der Ital Contessa ist beendet. Mit der Hilfe vom Hafenlotsen legt der Kapitän in Hamburg ab. Über die Elbe geht es in Richtung Nordsee. Morgen früh wird die Ital Contessa in Rotterdam erwartet. Die Reederei will dort die Hafenlotsen buchen, wartet deshalb auf den turnusmäßigen Statusbericht. Vom Funkplatz aus gibt Kapitän Ralf Buchter diesen alle zwei Stunden per Satellit ab. Will sich der Reed dazwischendurch informieren, kann er jederzeit die Position seines Schiffes per AIS abrufen. Also wir sind im Prinzip Dauer in Verbindung. Also von wegen der Pause einlegen und dann ein bisschen schneller fahren, ist nicht mehr. Das war vor Jahrzehnten, kann man sagen. Da hat man ausgedacht, wann müssen wir da sein? Okay, wir machen heute Weihnachten, wir fahren morgen weiter. Das ist nicht mehr drin. Das ist ökonomisch nicht mehr vertretbar. Immer mehr Aufgaben, immer weniger erfahrene Jungoffiziere und immer mehr Zeitdruck. Ein Mix, der schwer auf den Schultern der Kapitäne lastet. Immer häufiger gehen daher gerade junge Offiziere nach durchschnittlich drei bis fünf Jahren wieder von Bord, suchen sich an Land einen stressfreien Arbeitsplatz und fehlen damit der Seefahrt. Um dieses Nachwuchsproblem zu lösen, hat die internationale maritime Organisation IMO bereits Ende der 90er Jahre die Zugangsvoraussetzungen für das Kapitänspatent gesenkt. Doch dies führte nicht zu der erhofften Entspannung, sondern zu einer Schwämme von schlecht ausgebildeten Offizieren. Auch ein Essen-Offizier muss sich vorher fragen, wo kommst du her, was hast du gelernt, welche Technik kennst du, beherrschst du. Und danach wird eine Abstimmung gemacht, ob ich oben bleibe oder schlafen gehen kann. Da es aber oft keine Alternative zu solchen Offizieren gibt, schicken jetzt immer mehr Räder die jungen Offiziere zu Nachschulungen. Eines der ältesten Trainingscenter liegt im französischen Port Revelle. In kleinen bemannten Modellbooten, sogenannten Manned Models, schippern Kapitäne und Offiziere hier über einen fünf Hektar großen See. Die Boote sind Original-Nachbauten echter Schiffe im Maßstab 1 zu 25. Dadurch verhalten sich die Modellboote bei Manövern genauso wie ihre realen Vorbilder. Die Boote werden von einem per Batterie betriebenen Elektromotor mit 0,3 PS angegeben, als Kapitän auf Öltankern unterwegs. Gemeinsam mit Offizier Michel Bonnet hat ihn seine Reederei in Port Revelle angemeldet. Beide sollen demnächst auch große Containerschiffe der Reedereiflotte fahren. In Port Revelle sollen sie das nötige Gefühl für das Manövrieren mit solchen Bootstypen bekommen. Daniel Moussi gibt die Anweisungen, Michel Bonnet führt sie aus. Doch die Eingewöhnung auf das Miniboot fällt ihnen noch schwer. Wenn man zu langsam ist, sind die Kräfte unter dem Wasser stärker und du kannst das Boot nicht kontrollieren. Es ist also immer ein Abwägen von nicht zu schnell zu sein und zu schauen, was unter einem passiert, weil das Schiff sehr schwer beladen ist. Und dann gibt es noch andere Effekte wie Strömungen und Wind, aufgrund dessen man die Geschwindigkeit und den Winkel der Fahrtrichtung abschätzt. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Beliebte Hilfsmittel für das Erzeugen von Notfallsituationen sind Wellenmaschine und Windgenerator. Sie erschaffen bis zu 30 Zentimeter hohe Wellen. Das entspricht einer Wellenhöhe von sieben Metern auf See. In den kleinen Übungsbooten fühlt sich Wind der Stärke 4 an wie ein ausgewachsener Orkan. Unter diesen Bedingungen sollen Michel Bonnet und Daniel Moussi in einem engen Kanal einen Notstopp üben. Sie sollen den Anker so auswerfen, dass sie trotz Wind und Wellen im Fahrwasser bleiben und das Schiff nicht auf Grund setzen oder beschädigen. Eine Situation, die ihnen im Arbeitsalltag nur sehr selten passieren wird. Ausbilder Jean-Paul Jeanjean ist nicht zufrieden und schickt die Offiziere auf eine erneute Runde. Vielleicht hat man so eine Situation einmal in seiner Karriere, aber dann ist es notwendig, richtig zu reagieren. Einige Studenten sagen, wir benutzen doch nie den Anker, aber wenn man auch nur einmal dieses Problem hat, ist es eben notwendig, es zu können. Wenn du es gut machst, ist es okay. Wenn nicht, dann wirst du dein Bild schon am nächsten Morgen in der Zeitung sehen. Der Trainingsparcours in Port Revelle umfasst eine beschiffbare Länge von drei Seemeilen. Neben den maßstabsgetreu konzipierten Schiffen sind hier auch die Molen und Kanäle exakt der Realität angepasst. So auch dem Suezkanal in Ägypten. In dieser engen Passage bleiben die beiden Franzosen unerwartet stecken. Für das Team eine peinliche Situation, denn auch wenn dies nur ein Übungsplatz ist, was in der Realität hätte passieren können, ist immer in den Köpfen der Kapitäne. Ich weiß nicht, ob es meine Schuld ist oder ob es ein Problem mit der Tiefe hier ist. Der Motor war auf einmal fast aus und dann ist das Schiff auf diese eine Seite gekommen und auf Grund gelaufen. Sie sind sehr stimmig und man kann alles machen, was man im echten Leben eben nicht darf. Im wirklichen Leben sehe ich jetzt im Gefängnis. In Port Revelle kümmert sich die hauseigene Werkstatt darum, die kleinen Schäden wieder zu reparieren. Auch der Neubau der Modellschiffe und der ferngesteuerten Schlepper geschieht hier. Ein Jahr dauert es, bis aus Fiberglas und einem Stahlgerüst ein neues Boot entsteht. Der LNG-Carrier Q-Max ist das neueste Mitglied der Flotte. Rund 315.000 Euro hat der Nachbau des im Original 345 Meter langen Frachters gekostet. Am Ende konnte Port Revelle-Direktor Arthur de Gros stolz sein. Die Menschen, die das Originalboot genau kannten, kamen zu uns und sie waren sehr zufrieden mit dem Modell. Der Kapitän der Q-Max war hier und er sagte, das ist mein Schiff. Das ist die beste Anerkennung, die wir bekommen können, dass der Kapitän sich auf unserem Modellboot fühlt wie auf seinem echten Schiff. Mit dem Riesenfrachter sollen Daniel Mossy und Michel Bonnet nun in einen Kanal einfahren, der zweite Anlauf. Dann erhalten sie von Ausbilder Jean-Paul Jean-Jean die Information, dass ihnen ein zweites Schiff entgegenkommt. Solche Situationen kommen gerade in dicht befahrenen Seegebieten wie dem Panama-Kanal oder auch der Kadettrinne oft vor. Die Kapitäne und Offiziere müssen vor allem den Wind und die Strömung, die durch die beiden Schiffe entsteht, richtig einschätzen. Sind an Bord beider Schiffe gut ausgebildete und ausgeruhte Offiziere auf der Brücke, ist eine solche Vorbeifahrt ein normales Manöver. Wenn sie mit dem Bug auf einer Linie sind, machen sie den Propeller aus und drehen sich um das andere Schiff herum. Man kann es sehen. Es ist kein Problem, weil alle Kräfte im Gleichgewicht sind, wenn sie in dem Kanal das andere Schiff treffen. Deswegen funktioniert es sehr sicher und gut, obwohl sie sich noch nicht einmal in der Mitte befinden. Unter der Anleitung des Ausbilders gleiten beide Boote scheinbar einfach aneinander vorbei. Diesmal hat die Übung funktioniert. Kapitän Daniel Moussi ist überzeugt von den Möglichkeiten des Modellparks. Man weiß nie, wozu man fähig ist in einer gefährlichen Situation, aber zumindest habe ich hier einige Lösungen erhalten, Wissen von erfahrenen Lehrern. Alleine wäre ich da wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Jetzt kann ich mich in künftigen Situationen daran erinnern. Durch das Training mit den bis zu 15 Meter langen Modellbooten in Port Revelle erhoffen sich Räder, auch mangelhaft ausgebildete Offiziere, so weit nachzuschulen, dass sie später den Kapitän auf der Brücke entlasten können. Im Simulator in Warnemünde laufen die Studenten auf den nächsten Morgen in der Zeitung sehen. Der Trainingsparcours in Port Revelle umfasst eine beschiffbare Länge von drei Seemeilen. Neben den maßstabsgetreu konzipierten Schiffen sind hier auch die Molen und Kanäle exakt der Realität angepasst. So auch dem Suez-Kanal in Ägypten. In dieser engen Passage bleiben die beiden Franzosen unerwartet stecken. Für das Team eine peinliche Situation, denn auch wenn dies nur ein Übungsplatz ist, was in der Realität hätte passieren können, ist immer in den Köpfen der Kapitäne. Ich weiß nicht, ob es meine Schuld ist oder ob es ein Problem mit der Tiefe hier ist. Der Motor war auf einmal fast aus und dann ist das Schiff auf diese eine Seite gekommen und auf Grund gelaufen. Dieses Training ist sehr realistisch. Alle Modelle sind sehr stimmig und man kann alles machen, was man im echten Leben eben nicht darf. Im wirklichen Leben sehe es sich jetzt im Gefängnis. In Port Revelle kümmert sich die hauseigene Werkstatt darum, die kleinen Schäden wieder zu reparieren. Auch der Neubau der Modellschiffe und der ferngesteuerten Schlepper geschieht hier. Ein Jahr dauert es, bis aus Fiberglas und einem Stahlgerüst ein neues Boot entsteht. Der LNG-Carrier Q-Max ist das neueste Mitglied der Flotte. Rund 315.000 Euro hat der Nachbau des im Original 345 Meter langen Frachters gekostet. Am Ende konnte Port Revelle-Direktor Arthur de Gros stolz sein. Die Menschen, die das Originalboot genau kannten, kamen zu uns und sie waren sehr zufrieden mit dem Modell. Der Kapitän der Q-Max war hier und er sagte, das ist mein Schiff. Das ist die beste Anerkennung, die wir bekommen können, dass der Kapitän sich auf unserem Modellboot fühlt wie auf seinem echten Schiff. Mit dem Riesenfrachter sollen Daniel Mossy und Michel Bonnet nun in einen Kanal einfahren, der zweite Anlauf. Dann erhalten sie von Ausbilder Jean-Paul Jean-Jean die Information, dass ihnen ein zweites Schiff entgegenkommt. Solche Situationen kommen gerade in dicht befahrenen Seegebieten wie dem Panama-Kanal oder auch der Kadettrinne oft vor. Die Kapitäne und Offiziere müssen vor allem den Wind und die Strömung, die durch die beiden Schiffe entsteht, richtig einschätzen. Sind an Bord beider Schiffe gut ausgebildete und ausgeruhte Offiziere auf der Brücke, ist eine solche Vorbeifahrt ein normales Manöver. Wenn sie mit dem Bug auf einer Linie sind, machen sie den Propeller aus und drehen sich um das andere Schiff herum. Man kann es sehen. Es ist kein Problem, weil alle Kräfte im Gleichgewicht sind, wenn sie in dem Kanal das andere Schiff treffen. Deswegen funktioniert es sehr sicher und gut. Jetzt immer mehr Räder die jungen Offiziere zu Nachschulungen. Eines der ältesten Trainingscenter liegt im französischen Port Revelle. In kleinen bemannten Modellbooten, sogenannten Manned Models, schippern Kapitäne und Offiziere hier über einen 5 Hektar großen See. Die Boote sind Original-Nachbauten echter Schiffe im Maßstab 1 zu 25. Dadurch verhalten sich die Modellboote bei Manövern genauso wie ihre realen Vorbilder. Die Boote werden von einem per Batterie betriebenen Elektromotor mit 0,3 PS angetrieben. Ein Computer an Bord übermittelt die Daten wie Geschwindigkeit, Position und Radar per GPS an die Basisstation. Dort können später alle Manöver und Aktionen ausgewertet werden. Wenig Hightech, dafür mehr Gefühl, so das Credo in Port Revelle. Die Kapitäne sollen aus Fehlern lernen können. Die Anlage wurde Anfang der 60er Jahre durch den Mineralölkonzern Esso gegründet. Mittlerweile ist sie im Besitz einer Beratungsfirma. Räder können hier diverse Kurse für ihre Offiziere buchen. Eine einwöchige Trainingseinheit kostet rund 11.000 Euro. Die Kapitäne haben die Möglichkeit, Manöver zu trainieren, die ihnen auf hoher See bevorstehen, ohne gleich Mannschaft und Schiff in Gefahr zu bringen. Für Betrachter sehen die sehr langsamen Fahrten eher befremdlich aus. Der einzige Unterschied zu Manövern mit den Originalschiffen ist, dass durch den Maßstab alles fünfmal schneller abläuft. Dies bedeutet auch, dass die Kapitäne fünfmal schneller reagieren müssen. Die Betreiber in Port Revelle sehen dies als großen Vorteil. Die Kapitäne werden gezwungen, die Abläufe so zu verinnerlichen, dass sie sie später automatisch abrufen können. Das senkt die Abhängigkeit von der Technik. Es ist sehr schwierig. Man hat sehr viele Apparate und Computer. Da sagen wir, es wäre viel besser, mal rauszugehen und den Wind zu spüren, als immer nur drinnen zu sitzen und auf all die Computer zu starren. Das ist zu viel. Wir können so viele Informationen auf einmal doch gar nicht im Hirn verarbeiten. Und bei Manövern geht das auch noch alles rasend schnell. Der 46-jährige Daniel Moussi ist seit mehr als 25 Jahren Seemann und seit zwölf Jahren als Kapitän auf Öltankern unterwegs. Gemeinsam mit Offizier Michel Bonnet hat ihn seine Reederei in Port Revelle angemeldet. Beide sollen demnächst auch große Containerschiffe der Reedereiflotte fahren. In Port Revelle sollen sie das nötige Gefühl für das Manövrieren mit solchen Bootstypen bekommen. Daniel Moussi gibt die Anwalt richtig einschätzen. Sind an Bord beider Schiffe gut ausgebildete und ausgeruhte Offiziere auf der Brücke, ist eine solche Vorbeifahrt ein normales Manöver. Wenn sie mit dem Bug auf einer Linie sind, machen sie den Propeller aus und drehen sich um das andere Schiff herum. Man kann es sehen. Es ist kein Problem, weil alle Kräfte im Gleichgewicht sind, wenn sie in dem Kanal das andere Schiff treffen. Deswegen funktioniert es sehr sicher und gut, obwohl sie sich noch nicht einmal in der Mitte befinden. Unter der Anleitung des Ausbilders gleiten beide Boote scheinbar einfach aneinander vorbei. Diesmal hat die Übung funktioniert. Kapitän Daniel Moussi ist überzeugt von den Möglichkeiten des Modellparks. Man weiß nie, wozu man fähig ist in einer gefährlichen Situation, aber zumindest habe ich hier einige Lösungen erhalten, Wissen von erfahrenen Lehrern. Alleine wäre ich da wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Jetzt kann ich mich in künftigen Situationen daran erinnern. Durch das Training mit den bis zu 15 Meter langen Modellbooten in Port Revelle erhoffen sich Räder, auch mangelhaft ausgebildete Offiziere so weit nachzuschulen, dass sie später den Kapitän auf der Brücke entlasten können. Im Simulator in Warmemünde laufen die Studenten auf der virtuellen Ital Contessa mittlerweile den Hafen von Rotterdam an. So, jetzt sind sie kurz vor dem Molen. Jetzt gehen wir in Blackout mit den entsprechenden Malfunctions. Blackout bedeutet kompletter Elektronik und Maschinenausfall. Kein Radar, kein Antrieb, keine Steuermöglichkeit. Das Schiff treibt auf die enge Hafeneinfahrt zu. Maschinenraum Ital Contessa. Wir laufen jetzt ein in Rotterdam. Wir brauchen unbedingt die Maschine. Wir sind hier in schwierigen Gewässern. Wie ist Ihre Situation? Im Untergeschoss des Simulators ist ein funktionstüchtiger Maschinenkontrollraum nachgebaut. Simultan zu den Szenarien auf der 360-Grad-Brücke müssen hier die angehenden Schiffsingenieure auch auf den Notfall reagieren. Kapitänin in Spee, Birgit Schmunk, bittet den Tauer in der Zwischenzeit, eine Warnung auszugeben, dass die Ita Contessa führungslos dahintreibt und damit zur Gefahr für andere in den Hafen einfahrende Schiffe wird. Also man kann Übungen kreieren, was wir natürlich so im Mittelpart der Ausbildung machen, wo kleinere Malfunctions, wie wir sagen, eingebaut werden, aber einlaufen mit Schiffen derartiger Größenordnung in einen Hafen, der nicht ganz einfach ist, ohne Lotsen, auch nicht ganz einfach, mit Schlepperhilfe, die aber immer noch entfernt ist und dann noch ein Blackout ist schon. Das sind verschiedene Computer, die haben die verschiedenen Systeme zu überwachen. Und wenn irgendwie die Störung auftritt, dann kommt dazu, sagen wir, da auf den Alarmpendel, was da ist. Das ist hier die Zentralisierung der ganzen Anlage. Die Brücke der Ita Contessa. Auch hier modernste Technik. Ein Autopilot hält den Kurs bis auf zwei Grad genau. Offizier und Kapitän müssen nur noch im Notfall ans Ruder. Die Radargeräte verarbeiten die Datenflut des sogenannten AIS-Systems. Dabei sendet jedes Schiff über zwei UKW-Kanäle Informationen wie Name, Kurs und Geschwindigkeit. Andere Schiffe oder die Tower an Land empfangen die Daten und stellen sie auf dem Radar dar. Kapitäne können dadurch Kollisionen vermeiden, da das System auch ständig die Entfernung zu anderen Schiffen mischt und im Notfall Alarm schlägt. Ein Schiff Out of Command oder ein Schiff Grounding gebe ich ein, das geht sofort raus und alle Schiffe sind gewarnt. Und das ist eigentlich das letzte, neueste System des AIS. Und da sind die ganzen Daten von anderen Schiffen, die kommen hier an, kann ich ablesen. Oder meine Daten gebe ich auch ein und er kann auch gucken, was ist da los, warum geht er quer. Auf der Brücke laufen darüber hinaus alle Alarmmeldungen aus allen Schiffsabteilungen zusammen. Dank der Computervernetzung hat der Kapitän mit nur einem Monitor alles im Blick. Manchmal sagen wir, die Alarme sind zu viel. Einige Alarme müssen nicht auf die Brücke erscheinen. Wenn der Sauna irgendwie was ist, der drückt auf den Knopf oder wenn der Elevator alles kommt auf die Brücke. Da könnte man ein kleines bisschen weniger machen. Doch nicht nur die Technik an Bord der Schiffe hat sich verändert. Auch die Hafenterminals sind immer moderner geworden. In Hamburg können mittlerweile bis zu vier Container zeitgleich unter und auf dem Deck der Schiffe gestapelt werden. Computer errechnen die dazu notwendige Logistik, damit die Schiffe auch so beladen werden, dass Container für den nächsten Hafen gleich oben auflagern. Da nicht jeder Container gleich schwer ist, muss auch die Gewichtsverteilung mit einkalkuliert werden. Durch diese moderne Hafenlogistik dauert das Beladen der MS Ital Contessa mit 8100 Containern in Hamburg nur noch Stunden, anstatt wie früher Tage. Auch in den meisten anderen Containerhäfen der Welt gehören lange Liegezeiten der Vergangenheit an. Die Verantwortung ist größer geworden, ja, in dem Moment, weil die Schiffe sehr teuer geworden sind, viel Elektronik an Bord und viel mehr Druck vom Chartreer mit Geschwindigkeit, Fahrplan-Einhaltung. Man muss Fahrplan erhalten, aber in Betracht der Sicherheit. Und das ist die Verantwortung, genau was kann ich machen, was ist machbar und wann kommt die Sicherheit vor uns. Und das muss man abwägen, das ist der Druck. Und jeder Chartreer will die ganzen Container so schnell wie möglich im nächsten Hafen haben. Wenn mir das Schiff fest ist, könnte ich eigentlich schlafen. Knapp 200 Kilometer weiter östlich ist eine andere Ital Contessa bereits auf voller Fahrt Richtung Rotterdam. Eine virtuelle Ital Contessa. Sie ist ein Datenkonstrukt eines der modernsten und leistungsfähigsten Simulatoren der Welt. An der Universität Wismar werden damit angehende Offiziere ausgebildet. Waren früher mehrere Jahre als Matrose Pflicht, reichen nun drei Jahre Studium, um Offizier zu werden. Dann sollen die Absolventen vorbereitet sein, um als dritter Offizier die Wache auf der Brücke und damit Verantwortung für Menschenleben und Schiff zu übernehmen. Nach drei Jahren können sie dann zum Kapitän befördert werden. Der Simulator soll die fehlende Praxis kompensieren. Es ist ein unglaublich starker Seegang. Also wir sind das in den Übungen sonst nicht so gewöhnt. Das sind moderate Wetterverhältnisse. Aber es ist sehr gut, das mal zu sehen. Und wir müssen uns auch ein bisschen festhalten hier, weil es echt realistisch ist. Ein Stockwerk tiefer ist das Herzstück des Simulators. Die Server- und Ausbilderebene. Jedes Seegebiet der Welt ist abrufbar. Ebenso sind existierende Schiffe und Häfen am Computer nachkonstruiert worden, um die Simulation so real wie möglich zu gestalten. Die Idee des Simulators ist natürlich grundsätzlich, dass man hier die Möglichkeit hat, Szenarien, Situationen zu üben, die an Bord schlecht möglich sind. Ein Blackout möchte man nicht so gerne haben, ein Feuer an Bord, eine Grundberührung schon gar nicht oder eine Kollision, die sind natürlich hier möglich. Die Ausbilder können die virtuelle Welt per Mausklick ändern. Sie bestimmen, ob den Studenten plötzlich ein anderes Boot auf Kollisionskurs entgegenkommt oder ein Orkan aufzieht. Es sind Studenten, die haben ein Praxissemester vor dem Studium gemacht oder fahren in den Ferien oder gehen jetzt in das Praxissemester. Also das sind Monate, also das kann man alles noch in Monaten zählen, was wir an Erfahrung haben. Deswegen haben wir auch diesen Simulator, damit wir uns vorbereiten können auf die Praxis. Doch reicht solch eine virtuelle Erfahrung wirklich aus, um an Bord eines echten Schiffes später sofort Verantwortung übernehmen zu können? Dieses komplexe Gebilde, Schiffsführung an Bord, Praxis, kann man in einem Simulator nicht üben. Man kann verschiedene Szenarien nachstellen, man kann auch diesen Part Teamfähigkeit, Bridge-Team oder Bridge-Resource-Management nachempfinden auf der Brücke. Dann ist man aber auf der Brücke, dann ist man auf der Maschine. Also es funktioniert natürlich im Simulator nicht, diese Gesamtsituation an Bord nachzustellen. Doch gerade dieses Bridge-Team-Management fehlt den jungen Offizieren, also die Fähigkeit, das Team auf der Brücke anzuleiten. Wir kommen nur mit Theorie an Bord und das reicht nicht. Die Praxis müsst ihr hier lernen. Die Ausbildung ist nicht mit der Schule abgeschlossen. Die Ausbildung muss ich an Bord weitermachen. Und das ist das Problem. Inwieweit ist der Lande bereit, das zu übernehmen?